In einer Pressekonferenz am Dienstag gab der Sprecher der DPP, Chen Shikai, bekannt, dass sich die Partei ab Mittwoch an mehr als 1000 Straßenkreuzungen in ganz Taiwan aufhalten wolle, um umstimmen zu werden. Der DPP-Präsidentschaftskandidat Lai Qingde werde am Mittwoch um 7.30 Uhr an der Kreuzung Nanjing East Road und Dunhuang North Road in Taipei stehen. Neben den Kreuzungsaktionen hat die DPP außerdem 21 Kundgebungen und gleichzeitige Wahlkampftouren in Bussen geplant. Lai werde von Pingdong aus in den Norden fahren, während die Vizepräsidentschaftskandidatin Xiaomei Qing von Neu Taipei aus in den Süden fahren werde. Die KMT, angeführt vom Präsidentschaftskandidaten Hou Yui, hielt eine Wahlkampfveranstaltung an einer belebten Kreuzung in Banqiao ab, begleitet von den Parlamentskandidaten Lin Guo-Chun und Yeyuan-Zhi. Die KMT plant landesweit an über 1100 Straßenkreuzungen Kampagnen, an denen Schlüsselfiguren wie der KMT-Vorsitzenden Eric Zhu, der ehemalige Präsident Ma Yingjou und der Bürgermeister von Taipei Jiang Wan anteil nehmen. Ke Wenjie und Cynthia Wu von der TPP begannen ihren Endspurt im Wahlkampf mit einer landesweiten Bustour, bei der sie mit Anhängern sprachen, Hände schüttelten und Fotos machten. Dabei begann die Tour für Ke im Bezirk Xinjiang in Neu Taipei und für Wu in Kaohsiung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017